Ich pack aus! Es gibt aber auch Boxen mit 20 Boostern und es gibt glaube ich noch 1 oder 2 andere Boxen, die halt anders aussehen als die hier. Da ist dann nicht Levi und Eren drauf oder so, da sind dann andere drauf. Ja und ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung was für Karten das sind. Die sind hier von, was ist das? Sieg, Krohn, Krohn, Saich, Krohn, keine Ahnung. Ziku, Kurone, keine Ahnung. Gucken wir uns mal an. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich Karten liebe und, ja, Shigeki und Kyojin Karten, ey. Was ist denn da los? So, okay. Dann wollen wir uns das Ganze nochmal angucken. Also hier, wie gesagt, Levi, Eren. Oho, sieht doch nett aus. Von hinten auch nochmal, da haben wir, ähm, Gott, wie heißt der denn? Ich habe schon vergessen, wie er heißt. Sieht ja, Erwin, 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 Erwin. So, hier an der Seite haben wir noch so kleine, kleine, naja, Tesa ist das nicht. Gibt es eigentlich? Ja klar, Zero Tape gibt es da auch. So, okay. Lasst uns zusammen das Geheimnis lüften. Oho, oho. Das sieht interessant aus. Also hier haben wir die Booster Packs anscheinend. Shigeki no Kyojin Special Packu. Mhm, mhm, mhm. Also ein spezielles Pack. Hier haben wir nochmal den geilen Typen. Oh, und was ist hier hinten drin? Ah, das scheint, so wie das meistens bei diesen Karten ist, das scheint die Bedienungsanleitung zu sein für das Spiel. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Kartenspiele, die heißen ja Kartenspiele, weil es Spiele sind. Aber ich habe sowas noch nie gespielt, sondern immer nur die Karten gesammelt. Oh mein Gott, hier haben wir viele Sachen drin. Zum einen sowas, ja. Ich zeige einfach mal alles. Dann sowas, da kann man auch mit seinem Smartphone wohl irgendwas nachgucken jetzt. Keine Ahnung, was das alles ist. Oh, aha. Ein kleiner Mini-Manga anscheinend, ja. Kann man, gibt es auch. Oh mein Gott, ja. Kann man also auch lesen, wenn man Lust hat. Das sieht aus wie ein Spielfeld, ja. Das kenne ich noch von den Yu-Gi-Oh! Karten immer. In den Decks, da war auch immer sowas drin. Schauen wir uns das auch mal an. Mein Gott. Aber mich würde schon mal interessieren, wie das funktioniert. Aber spielt das denn irgendeiner? Ich habe noch nie von diesem Siege-Crone oder was das da ist gehört. Ja, geh mal auf jetzt. Ah! Da kommt es, meine Unfähigkeit als Auspacker. Okay, das hier scheint also das Spielfeld zu sein. Ist ein riesen Ding. Und hier hinten, aha. Das sind wahrscheinlich alle Karten, die es gibt, oder? Sieht so, ah, guck mal da. Au, wir haben das Blaue, glaube ich. Au, Päcke. Aha. Oder, ne, das können doch nicht alle Karten sein, oder? Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht sind das auch so Starter-Dicks, oder so. Oder was weiß ich, was das ist. So. Und was haben wir hier noch? Ja, das ist das Regelwerk, würde ich mal schätzen. Ja, das ist das Regelwerk hier. Sieht zumindest so aus. Manjaru. Ja, ja, das ist das Handbuch. Das Handbuch. Betonung auf Buch. Ja, und hier hinten haben wir auch nochmal so. Ja. Alles klar. So, dann wollen wir zum spannenden Teil kommen. Oh, was ist da noch? Da ist noch irgendwas. Was ist das denn? Äh, hä? Was ist das denn? Was soll das sein? Verstehe nicht. Ganz ehrlich, was das sein soll. Ich meine, wir packen es mal aus. Wir sind ja Auspacker. Was versteht man? Aha. Ja. Interessant. Das versteht man vielleicht, wenn man die Regeln gelesen hat. Okay, so. Dann wollen wir mal zu den Packs gehen. Wir gucken. Wir haben sechs Kartenpacks drin. Shingeki no Kyojin, meine Freunde. Booster-Pack. Und wir haben hier diesen Pappdingens, der da drin ist. Mit einem Kyojin-Titan drin. Naja. Okay. Stellen wir den mal wieder da rein. So, jetzt bin ich gespannt. Erstes Booster-Pack, Leute. Kriegt man wieder nicht auf hier, ne? Na, die sind blöd zum Aufmachen. Okay. Da kommt die Schere. Eiskalt. 500 Yen kostet eins. Weiß ich nicht. Drei Euro irgendwas oder vier Euro irgendwas. So. Alles leer. Okay. Dann schauen wir uns doch mal die Karten an. Mikasa haben wir drin. Oh. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Eren und der Weibchen-Titan. Eren und Levi haben wir drin. Ah, Anni. Anni ist auch drin. Ja. Anni ist auch nicht schlecht. Ah, Erwin. Erwin dann so. Ah, der ist auch. Oh, das sieht doch mal geil aus, oder? Das ist mal eine crazy Karte, Mann. Wow. Holo-Karte. Sieht man das? Dass die Holo ist? Weiß nicht, ob man das sieht. Die ist komisch Holo. Das ist eine ganz komische Holo-Karte, Leute. Aber dann, ah, da haben wir die gleiche Karte von eben irgendwie nochmal. Die ist nur auch Holo. Das ist ein ganz komischer Holo-Effekt. Und ihn. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Steht da bestimmt irgendwo. Beruto. Ah, Beruto. Irgendwie. Ja, okay. Also, die Karten an sich. Wir sehen die von der Rückseite aus. Sehen die so aus. Ja, die sind also von der hier Big-Qualität her und so, finde ich die gut. Aber diesen Holo-Effekt, den finde ich echt komisch, ehrlich gesagt. Also, der Holo-Effekt, der schreckt mich ab. Gefällt mir der von den Pokémon-Karten besser. Okay. So, hier haben wir Beruto. Den haben wir ja, glaube ich. Oh, Stellscharf. Den haben wir ja schon eben drin gehabt als Holo. Levi. Oh, Ani. Oh, 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 oh. Ani, Mikasa. Oh mein Gott, was geht da los, Armin? Armin haben wir auch. Oder haben wir schon die Holo-Karte gesehen? Hier haben wir wieder Levi drin. Und Hansi heißt die Leute. Ich vergesse immer die Namen von Anime. nicht so schnell. Oh, die sieht aber cool aus. Oh, Alter. Eren noch mal als komische Holo. Und Erwin. Okay. So. Nächstes Paku. Lass uns reinschauen. Oh, die sieht auch cool aus, finde ich. Das ist auch eine coole Karte. Oh, Eren auch. Der ist auch cool. Ey. Haben wir jetzt irgendwie so ein Pack, wo nur die drin sind, oder was? Ah. Hier haben wir Hanzi-san. Die ist die geilste. Wer hat Shingeki no Kyojin gesehen? Die ist echt die beste. Immer mit ihren Kartoffeln. Die ist die beste. Alter. Das ist mal, das ist mal eine andere Holo. Sieht man das? Die holoht anders. Das ist mal eine, die finde ich nett. Die finde ich nett vom Holo-Effekt. Oh mein Gott, Leute. Christa-Holo, aber im komisch Holo. Oh mein Gott. Ke konste kudasai. Ja, also die gute Christa haben wir auch drin. Oh mein Gott. Und die Fighting Mikasa und normalen Eren in Holo. Oh mein Gott, Leute. Da geht's ab. Ja, also es scheint wahrscheinlich auch noch andere Holos zu geben, wie wir gerade den, wer war es, den wir hatten hier in diesem anderen Holo? Hier, Levi. Das ist wohl so eine andere Holo anscheinend. Die hat schon Style, finde ich, diese andere Holo. Die sieht schon echt cool aus. So. Titan in der Wand haben wir drin. Mikasa haben wir drin. Levi haben wir drin. Eren. Ah. Sie hat eine Holo. Nein. Anni nicht in Holo. Oh. Christa auch in normal. Oho. Und Anni in möchte gern Holo. Levi. Und Mikasa haben wir auch drin. Alles klar. So, zwei Packungen, zwei Booster haben wir noch, Leute. Ah. Tugini ikimasu. Oh. Wie heißt er nochmal? John. 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 John Kirchstein. Oder so heißt er. Okay. Erwin. Ah. Das sieht auch cool aus. Ich hoffe nicht, dass ich euch jetzt gespoilert habe und ihr es noch nicht gesehen habt. Das wäre echt mies gewesen. Hier haben wir Eren. und Levi als Holo. Den Titan in der Wand als Holo. Und nochmal Levi als Holo. Ich glaube, Levi hat man doch schon mal den Levi als Holo, oder? Warte mal. Mal kurz gucken. Hat man den nicht schon mal? Ne. Mikasa hat man als den Holo. Okay. Okay. Und schon wieder Levi drin. Levi. Der ist aber viel drin. Mikasa. Levi. Levi. Oh. Nice. Eren. Oh. Der Putz Levi. Levi. Ja. Oh mein Gott. Als Holo-Version. Armin. Die. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Komiru. Komiru. Ne. Keine Ahnung. Das ist komisch. Ah. Und. Guten alten. Äh. Anni. So. Yo. Das war's dann. Das waren die Karten, die wir drin. hatten. Ja. Also ich muss ja sagen. Mir gefällt. Ja immer noch die Christa am besten. Ne. Aber am geilsten finde ich in der Tat die hier. Weil die einfach andere. Einen anderen Holo-Effekt hat. Und die auch einfach mega geil aussieht. Ja. Das waren die. Pack ich mal nach vorne. Die muss ich mal in eine Hülle packen. Ich hab ja hier so meine. Meine Special Hüllen mitgebracht. So. Ja. Das war's. Vom Unpacking. Ähm. Shingeki no Kyojin. Hier diese Levi. Und Eden. eine Version von den Siege-Crown. Oder wie man auch immer das ausspricht. Karten. Ich hoffe euch hat's gefallen. Und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jo. Euer Ich-Pack-Aus. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020